Hallo Leute, was geht ab? SD Spencer is back und herzlich willkommen zurück zu Clash Roya. Ja, endlich Leute, endlich hat es mal wieder geklappt. Seit, keine Ahnung, seit Monaten habe ich das Spiel nicht mehr angeklickt. Es hat sich so viel geändert. Ich bin wahrscheinlich der letzte Obernoob in diesem Spiel jetzt gerade. Aber was soll's, ich habe mir so ein Video von dem Armin reingezogen und das sah eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also ja, es könnte schon mal wieder ein Favorit für mich werden. Und ihr seht, ich kann zwei Gratistruhen öffnen und warte, ich öffne erstmal hier diese Silbertruhe. Und es tut mir echt leid mit der Videoqualität, falls die schlecht ist. Tut es mir leid, ich wollte den Armin noch fragen, ob er vielleicht mir ein paar Tipps geben kann. Denn der hat ja ein richtig gutes Renderprogramm. Er kann Hintergrundbilder hinzufügen und Musik. Und ich frage ihn mal, wie die Musik übrigens heißt. Die finde ich auch ziemlich geil. Und ja, er hat ja ein, das habe ich schon gesagt, meine ich, ne? Da hat er einen Zweitkanal, der Sparkay heißt. Und da macht er nur Clash Royale Videos drauf. Die sind ziemlich geil, muss ich sagen. Hat er auch schon viele Abonnenten bekommen. Der hat jetzt schon 18, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ich würde noch sagen, fangen wir mal an mit der ersten Gratistruhe. Und hoffe, ich hoffe, ihr bringt mir Glück. Also, wir haben erstmal hier Gold natürlich. Dann, wow, ein Lakai. Herzlichen Glückwunsch. Und vier Kanonen. Naja, ist ja jetzt nicht der Shit, ne? Aber mal gucken. So, jetzt hier wieder Gold. Ich glaube, jetzt kriege ich ihr Willen. Ja, genau. Dann zwei Lakai und drei Kobolde. Also, ja, also für den Anfang erstmal ist das, naja. Und ich würde sagen, ich tritt mal, ach, tritt. Ich trete mal dem, ich weiß jetzt nicht, ob man tritt oder tritt. Ja, keine Ahnung. Ich trete mal dem Kanal Hashtag Big bei. Denn das ist natürlich der Kanal von dem Armin. Von wem auch sonst. B, I, G, ähm, hier, I, Punkt, äh, G, so, ja. Okay, suchen. Hm? War das falsch? Aus? Was? Wo liebe ich mich? Hä, warum? Hab ich das falsch geschrieben? Tja. Na dann. Ist es jetzt auch egal. Ich fordere mal was an hier. Zum Beispiel. Was könnte ich gut gebrauchen? Ja, vielleicht mein Neid hier so, ja. Einmal anfordern. Schadet ja nicht, ne. Hier, dem spende ich mal hier meinen letzten, äh, Dings. Wie heißt der? Ha, Mini-Packer, so. Hab ich ganz vergessen. So, und ich muss jetzt auf die Zeit achten. Denn ich werde so Let's Play so zwischen, ja, 10 und... Ne, also, ich würde mal eine feste Zeit festlegen. Auch so eine Viertelstunde. Das ist, ähm, ziemlich angemessen, finde ich, für solche Videos. Also, bleib ich mal dabei. Auch so bei Minecraft, Let's Plays und so. Also, generell, jetzt mal. Denn zu lange, dann, dann guckt das ja sowieso keiner. Also, naja. Ich habe jetzt ein Turnier ange... Was? Turnier doch nicht. Ich habe jetzt mal einen Kampf angefangen. Und ich spiele gegen Shelly972. So. Ach, stimmt. Ich habe jetzt noch nicht mein Deck richtig angeguckt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Oh, oh. Oh, 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 oh. Der geht schon ziemlich krass ab am Anfang, muss ich sagen. Also, hier, der haut jetzt die... Alter. Was er alles rausgehauen hat. Was er alles rausgehauen hat. Ach, ja. Da ist mein Turm schon ein bisschen beschädigt. Das finde ich jetzt nicht so geil. Aber egal. Ich gehe jetzt mal hier auch in den Angriffmodus, sage ich mal. Ich habe ja noch einen Wutzauber, sehe ich gerade. Oh! Der Turm könnte down gehen rechts. Ja. Lol, hammergeil, Alter. Das hätte ich jetzt nicht erwartet von mir hier. So, jetzt setze ich mal hier die Pfeile. So, zack. Das ist jetzt auch down hier. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Zack, zack, zack. Also, bis jetzt schlage ich mich ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Dafür, dass ich das so lange nicht mehr gespielt habe. Ich könnte das tatsächlich sogar gewinnen. Hm. Ach so. Und was ich sagen wollte. Wenn ich demnächst noch Clash Royale Videos machen soll. Soll. Lol, das leckt. Lol, das war jetzt eben ein Hammerleck. Wenn ich weiter noch Clash Royale Videos machen soll, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ich werde die Videos dann wahrscheinlich auch mit Facecam machen. Weil meine App hat das jetzt auch. Also diese Screen Recording App, die kann das jetzt. Deswegen würde ich was auch machen. Heute habe ich das jetzt erstmal nicht gemacht. Denn ich sehe gerade ein bisschen Kacke aus, muss ich sagen. So Haare und so habe ich jetzt nicht gestylt. Ähm. Ja. Jedenfalls geht das. Ich kann tatsächlich auch die Facecam also, während ich aufnehme, also einstellen halt. Wie die ist halt groß, klein. Wie auch immer. Ähm. Ja. Und ich glaube, ich mache jetzt tatsächlich jetzt einen 3 Kronen K.O. So. Wut. Bombe. Ach. Du kannst nicht mal mit deinem Riesen, Alter. Ja, guck mal. Easy. Haha. Easy get wrecked, Digga. Oh shit. Da hat er keine Chance gehabt. Nicht mal ein Turm ist down gegangen von mir. Was finde ich? Oh. 34 Trophäen. Äh. Und eine Goldruhe. Hammer nice. Ähm. Ja. Und bald kann ich tatsächlich sogar eine Kronentruhe öffnen. Ja. Ihr seht, ich bin noch ein blutiger Anfänger. Ja. Ich weiß nicht, wie soll ich das verbessern? Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ich für ein Deck machen soll. Denn ich glaube, meins ist nicht so gut, um ehrlich zu sein. Und. Ja. Mal sehen, was ihr da so zu bieten habt. Ich guck mir das auf jeden Fall an. Ich lese mir alle Kommentare durch, falls ihr welche schreibt. Äh. Ähm. Ja. Ich würde mal sagen, starten wir den nächsten Kampf. Ich lasse jetzt mein Deck erstmal. Also jetzt hat das... Gar nicht mal so... Äh. Gar nicht mal so... Das war jetzt gar nicht mal so schlecht, wollte ich sagen. Hier erstmal die Lakaien raushauen. Und das hier. Oh shit, jetzt... Oh. Warte mal. So. Hm. 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 Ah Mist, jetzt hat der Riese bisschen Damage gemacht. Aber warte, jetzt setze ich hier... Oh scheiße, da muss ich jetzt gleich den Bomber setzen. Ach, obwohl das lohnt sich jetzt nicht. Oder? Nein, das lohnt sich nicht. Der Turm macht das jetzt safe down hier. Also die Bomber... Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh, lol. Ich habe ja einen Turm. Gegettet. Hammer. Geil. Ich gehe auf drei Kronen, K.O. Oder wie man das nennt. Keine Ahnung. Komm schon, komm schon. Kobalt, fahrs, komm. Ah, Mann. Knapp aber. Sehr knapp. Ich weiß nicht, soll ich jetzt verteidigen? Nur einfach auf dem Turm. Ja, komm, ein bisschen muss ich verteidigen. So, das müsste aber reichen. Ja, komm mal, easy, Alter. Jetzt kommt hier gleich mein Bomber und down. Hoff ich mal. Nee, warte, komm mal, jetzt kommt jetzt noch gleich mein Kobaltfass. Das, komm mal schon vorbei. Nein, nein, doch nicht. Ja, jetzt aber, jetzt. Boah, easy win, Leute. Easy win. Was habe ich gesagt? Oh, ich glaube, das ist ein bisschen verbuggt hier mit diesen Kronen. Oh, das waren Russen. Wie es aussieht. Naja, egal. So, wie lange habe ich das eigentlich schon aufgenommen? Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Ja, okay, 10 Minuten kann ich da aufnehmen. So, noch eine Krone brauchen wir und dann kann ich endlich mal wieder eine, wie heißt das nochmal, Kronentour öffnen. So, The King. Ja, mal sehen, wie gut du bist. Boah, Alter, die setzen aber auch direkt. Das ist unfassbar. Oh, nein, ich sollte, nein, ich sollte warten. Nein, scheiße. Ah, ne, okay, 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 ist alles gut, ist alles gut. So, der hat jetzt eine Hexe gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, was ich... Ja, komm, das ist nicht mal Paralakaien, also... Schaden kannst du ja nicht, ne? Hier setze ich mal, ähm, Dings, einen Prinzen, mit einem Bomber. Ah, die arme Valkyrie. Ne, warte, das war eine Musketierin. Alter, ich bin voll verwirrt. Naja, guck mal, der Turm ist down. Und... Leute, hat den Kampf verlassen? Wie nice, Alter. Easy Wind schon wieder, oder was? Oder hat er einfach nur Internetprobleme? Naja, egal. Hm, 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 hm. So, ich glaube, ich setze jetzt mal nochmal die Lakaien hier hin. Hm. Sieht gut aus. Ah, schade, warte mal. Was setze ich hier? Ich habe jetzt die Freie... Ich habe jetzt die Qual der Wahl. Der kann ja sowieso nichts mehr setzen, weil er den, äh, äh... Weil er das Spiel verlassen hat. Ah, komm. Just for fun, mal den Wutzauber hier. Ein Hit. So. Ich dürfte jetzt eigentlich auch ziemlich schnell aufsteigen, muss ich sagen. Also, warte, ab wie viel kommt man denn in die... Äh, in die nächste Arena? Ab 1100. Und ich habe gerade mal... Oh, man, noch 200 Trophäen gerundet. So, jetzt bringt mir Glück... Oh, gar nicht mal so wenig Gold. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das viel ist. Also, für mich ist das jetzt ein bisschen viel. Also, oh, Skelette. Rakete? Hm. Ich dachte, da kommt jetzt eine epische, aber naja. Leider nicht. Da kann man natürlich nichts machen, Freunde. Äh, ja, also das Deck ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Nur, was mir gefehlt ist, sind irgendwie ein paar Verteidigungen. Ja, obwohl, naja, eigentlich nicht. Ich habe ja die Lakaien, die Kobolde, also Sperrkobolde, Bomber, Pfeil. Ja, eigentlich ist das schon ein ziemlich guter Stack. Ne? Also, ich weiß jetzt nicht, was ich hier noch als Truppen wechseln könnte. Also, Durchschnitts-Elixierkosten sind bei 3,1. Das ist eigentlich auch akzeptabel. Ähm, boah. Was ist das denn hier? Dieser Stern. Achso, das ist das. Bin ich irgendwo nah dran? Erziele vier Siege bei einer Herausforderung. Was sind Herausforderungen? Äh, keine Ahnung. Ich kenne mich da leider noch nicht so gut aus. Gut, machen wir noch... Oh, ist egal. Äh, machen wir noch einen Kampf, würde ich mal sagen. Im Barbaren-Oval. So, und wie geht es euch so, liebe Zuschauer da draußen? Wollte ich mal noch kurz so... Alter, was da direkt raushaut! Ja, genau. So. Jedenfalls, wie geht es euch denn da so draußen, ne? Also, ich muss ja auch mal vom Spiel ablenken. Nicht, dass ich jetzt verliere. Ja, ich glaube, ich werde verlieren, aber egal. Ähm, ja. Ich kann auch mal, wenn ihr wollt, was vom Alltag erzählen von mir. Ich habe jetzt eigentlich im Moment nichts richtig Krasses gemacht. Also, ich hänge eigentlich nur zu Hause rum. Warte, bis mal wieder schönes Wetter ist, wo man richtig geil draußen chillen kann. So mit ein paar Freunden verabreden. Eine kleine Fahrradtour machen. Ähm, ja, ich weiß, es ist Winter, fast. Ne, was glaube ich da? Wir haben noch nicht mal Herbst, glaube ich, oder? Ja, fast. Ähm, jedenfalls wäre es schön, wenn es wieder ein bisschen sonniger wird. Gerade sieht es ein bisschen bewölkt aus. Ähm, Regen zeigt sich halt nicht jetzt gerade, aber... Naja. Schön ist das Wetter jetzt gerade auch nicht, ne? Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich ja mal wieder mit diesem Cyboss da, nicht verabreden, irgendeinen Vlog aufnehmen. Aber ich glaube, es wird auch nicht passen. Ich habe ihn heute schon angerufen. Für heute hat er keine Zeit leider gehabt. Loll, warum leckt das jetzt wieder? Alter! Ist mir ohne Spaß, ne? Was ich sagen wollte, jetzt regnet es ja im Moment nicht. Also, eigentlich wäre es gar nicht mal so schlecht, jetzt so viel draußen. So ein paar, ja, Sachen, keine Ahnung machen. Oh, echt? Oh, 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 oh. Oh, nein, nein, eine Bombe, ich soll den Bomben setzen, nein! Nein, nein, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, gut, okay. So. Perfekt. Ich könnte gewinnen. Es war nur eine Krone, aber scheiß drauf. Komm, ich setze jetzt alles, ich setze alles, Leute. Ah, ich setze alles. Nein, 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 bitte, 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 bitte. Nein! Oh nein, oh nein, der da... Nein, Opa, nein! Das darf nicht wahr sein! Oh, warum hab ich die Feinde jetzt gesetzt? Jetzt bin ich dumm, Alter. Nein, nein, nein. Wieso? Oh, oh, die Kobolde, die Kobolde! Nein, nein, nein. Oh, Kronka-rusche-iit. Ich krieg den, ich gette den jetzt Ich gette den jetzt Nein Komm schon, komm schon Ja Gegen mich habt ihr keine Chance Ja Keine Schnitte habt ihr gegen mich Sag ich Alter mein Grammatik Ist ein bisschen am Arsch Das sag ich euch Naja Okay, aber ich würde mal sagen, wir sind wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wenn ihr mehr von Clash Royale sehen wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen und ein Abo, wenn ihr keine Videos mehr verpassten wollt. Ja, und der Armin, der wird demnächst auch mal wieder ein paar Videos auf den Kanal hochladen, schätze ich mal. Und ja, bis dahin würde ich mal sagen, haltet die Ohren steif und Spence Dance over.